Hallo liebe Mutsis, ganz kurze Durchsage bevor die Folge losgeht. Wir haben neue Tourdaten von meinem aktuellen Solo-Programm Zero. Und mit neu meine ich so ziemlich die letzten. Vielleicht kommen noch zwei, drei dazu, aber das, was ihr jetzt hier seht, falls ihr es schaut, und das, was ihr sonst seht, wenn ihr auf einen Link unten drückt, das sind so ziemlich die letzten Tourdaten. Die meisten davon sind schon im Vorverkauf auf www.joelvonmutsenbecher.ch Was ich jetzt nicht will, abtippen kann, wie gesagt, bei den Shownotes, also im Link unten, einfach draufklicken und dann kommt man auch da hin. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei einem von diesen Terminen noch dabei seid und wünsche euch jetzt ganz viel Spass mit der aktuellen Folge. Hey, willkommen an einem völlig anderen Tag. Hier sind wir wieder. Neuen Tag. Neuen Tag, neues Glück. Neue wie. Ich habe ein komplett anderes Outfit als das letzte Mal. Du bist angezogen wie immer. Ich habe so ein anderes T-Shirt angelegt. Eben, du bist immer so angelegt. Du hast auch von 40 Mal, du hast so Steve Jobs mäßig. Ich habe das wirklich über sieben Mal. Da habe ich auch irgendwann angefangen, dass wenn ich ein T-Shirt gut finde, kaufe ich mindestens zwei von dem. Es gibt nichts Schlimmeres, als das zu kaufen. Dann hast du es einmal an und dann hast du es in der Böschte. Dann hast du es nicht mehr. Ja. Aber schön, dass du wieder hier bist, zur zweiten Folge von unserem Sommerspecial. Für die, die das verfolgen, die fünfte Folge werde ich hacken dich zu. Jedes Mal. Von Woche zu Woche trinkst du mehr und deine Toleranz wird weniger. Ja, die nimmt ja ab, wenn du mehr trinkst. So ist es. Du wirst immer schneller besoffen, wenn du mehr trinkst. Aber vielleicht halt auch, wie wir sagen, die Toleranz wird zwar zuerst mehr, aber du kippst dann härter. Das kann natürlich sein. Ja. Weißt du? Die kumulierte, ja, 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 das stimmt. Das habe ich schon gesehen bei anderen Leuten. Aber wir sind letzte Woche, da sind wir ja stehen geblieben, du hast mir froh gestellt. Weißt du noch, was du siehst? Oh, das ist schon lange her. Ja, du sagst mal. Ich glaube, was die Sachen sind, die dich, ähm, ah, es ist um Humor gegangen. Ja. Und was du kannst, ähm, ohne grosse Gedanken zu haben, einfach konsumieren und dich gehen lassen und dich im Moment fühlen. Ja, also wo man nicht die Deformation professionell macht, sozusagen. Ja. Du hast viel Film genannt letztes Mal. Ich habe das bei Comedy, habe ich es mehr, wenn ich es live sehe, als wenn ich irgendwie ein Video sehe oder so. Ich habe das früher, habe ich das gehabt, unter anderem bei Marco Rima. Ja. Weil einfach, was er gemacht hat, ist so etwas komplett anders gesehen, als alles andere, was ich sonst gekannt habe. Und du hast auch nie, sprich, du hast zum Teil gewusst, was am Schluss kommt, weißt du? Aber wie es da hingeht, das ist eigentlich immer der Spass gewesen. Ja, Deskalation. Genau. Ja. Und, und, äh, das weiss ich noch. Das habe ich einmal im Zelt in Basel gesehen. Und nach, ich glaube, einer Minute habe ich komplett vergessen, wo ich bin und was passiert. Also wirklich so. Ja, ja, ja. Und ein anderes Mal bin ich zu weit weg gesessen. Und dann passiert es wieder. Dann bist du wie so, dann bist du mehr so Zuschauer, wie wenn du ein Video schaust. Und dann habe ich es schon nicht mehr so gehabt. Ja, das ist einer von den Klassikern, was das angeht. Wenn du ihn im Fernsehen siehst, kann es sein, dass die Leute finden, wenn du die Performance live erlebst, wie der Mann steht, der Staat, und das einfach fehlerlos, mit so vielen Sachen, die dich durcheinander bringen müssen, nicht durcheinander kommt und das Ding durchzieht. Und, ja, dass sich das immer mehr steigert und dann in so einer Explosion aushartet, das ist, das ist live mega interessant. Und beim Rob habe ich das auch gehabt, als ich seine Bits noch nie gekannt habe. Ja. Natürlich mit der Zeit, wenn du sie schon zwei, drei Mal gesehen hast, dann ist der Überraschungseffekt nicht im Ganzen so. Das ist dann das Publikum, das dich wieder mitreisst. Wenn alle voll durchdrehen, denkst du, Mann, das ist eben schon krass. Das ist eben schon krass. Voll. Und was ich natürlich, wo ich es auch gehabt habe, ist, wo ich Bill Burr in Berlin bin schauen. Sprich, dann bin ich ab und zu, habe ich es probiert. Weisst du, was passiert jetzt? Wie geht er jetzt weiter? So, aber es hat mich dann immer wieder zu fest hineinzogen. Ja. Weil, was ich zum Beispiel dort immer unterschätzt habe, ist, was er für eine Ausstrahlung hat. Auch mit dem eigentlich, eben, überhaupt nicht pompös, oder irgendetwas, er läuft auf der Bühne und sagt, thank you, thank you. Und irgendwie, irgendwie spürst du es einfach schon. Natürlich hilft es, wenn man schon ein bisschen fahne ist. Kommende basiert ja auch ein bisschen auf. Man hat die Autorität, so, er steht hinter dem, was er sagt, er sagt es mit der Überzeugung. Genau. Und das ist der Schlüssel, wenn er irgendwo schwächeln würde, würdest du gerade so denken, ah, die Meinung finde ich komisch. Richtig. Aber er ist so überzeugt, wie er sagt. Er hat auch so viel zu krass angefangen, in Berlin, und ich bin gleich und schaue, neben mir ist eine junge Frau gesessen, wo, wenn ich jetzt, er hat das Äußerliche bewartet, hat sich gesagt, du bist, glaube ich, am falschen Ort. So, ich hatte das Gefühl, das wird nicht messen. Sie ist zu brav, oder wie? Ja, irgendwie, so, ich habe gedacht, viele Sachen könnten triggern. Ja, okay. Und er hat angefangen mit seinem viel zu krassen Ding, wo er auch noch so ein bisschen deutsch-spezifisch gesehen ist, dass er irgendwie in Köln gesehen ist, und homeless people, und der erste Satz ist gesehen, er sah diesen Mann, und er war so fucking homeless. Das ist schon zu krass, also es ist so, er ist nicht nur homeless, er ist so, und sie jokest dann irgendwie gesehen, dass einfach, egal was er macht, er könnte ihm nicht mehr helfen, so. Das Einzige, was ihm wird helfen, ist, dass er ihn von der Burg kickt. Oder weißt du wirklich, es ist einfach so viel zu krass in. Und die neben mir ist schon so verreckt, die hat es schon komplett verrissen. Und das finde ich dann halt auch geil, wie einfach so im Publikum, darum ist es auch live nochmal etwas anderes, wie einfach dir das ansteckt, wenn andere Leute auch Spass haben, auch lachen, wie sich das einfach überträgt. Und was mir es dort so blöd geholfen hat, schon oft live, wo ich es dann wirklich anfangen habe, vergessen, ist halt einfach, wenn ich schon ein bisschen etwas getrunken habe. Ich weiss dann auch, dass die Bits nicht mehr, weißt du, es ist dann so ein bisschen, es ist mega lustig, aber ich weiss gar nicht mehr, wie das Hirn einfach nicht mehr ganz so schnell ist. Aber als ich Russell Howard live gesehen habe, ich habe so Spass gehabt. Und ich habe so lange darauf gewartet, ihn live zu sehen. Als ich endlich live gesehen habe, ich habe keine Sekunde überlegt, was er wie er macht oder so. Also ich bin einfach da gesehen. Also einfach geschaut. Und das ist natürlich schon geil. Und so im globaleren Sinn, ich denke immer so Zeugs aus der Kindheit, wechselst gar nicht in diesen Analysemodus, sondern es holt dich mehr zurück zu der Kindheit. Anstatt dass du dann als dieses Erwachsene das probierst zu analysieren. Darum, wenn ich Prinz von Zamunda schaue, ich überlege nie, wie ein Joke konstruiert ist. Ich überlege nie, was jetzt, sondern einfach, ich bin wieder Sex. Und ich sehe den Eddie Murphy, wie er in New York ist. Mit seinem viel zu krassen, zum Lawyer, mit der Goldkette. Und das Einzige, was ich mit der Zeit gemerkt habe, ist, wie viele Rollen er dort wirklich spielt. Also dass er sogar, dass er sogar im Barbershop, der Wissi, der eine spielt. Ah ja, Stimmt, das hat er dort schon. Das ist so. Ja. Und das sind meine Dinge. Und Adam Sandler. Ja. Ich dachte, das sagst du noch vor Ort, als du alle die Filmleute genannt hast. Aber so. Adam Sandler habe ich ein bisschen erwachsen werden. Wirklich? Um wirklich gut zu finden. Er ist, die haben nicht den Heben genadet, er ist Schauspieler so gewesen von den Dingen. Aber, als ich anfange, am Film Englisch zu schauen, habe ich ihm viel mehr wertgeschätzt, als, weil seine Gestik und so ist ein bisschen drüber, und ein bisschen, es ist immer so ein bisschen, nicht 100% nahbar oder glaubhaft, oder es ist nicht so ein Drama, ein Schauspieler gewesen. Nein, es ist wirklich, es ist einfach Film, es ist so, es ist eine eigene Welt. Ja. Wie halt eben auch Ace Ventura, oder? Es ist einfach, wenn du dich darauf einlässt, dass du jetzt in der ein bisschen Klamauk-Welt bist, ja. und dass oft die Menschen drumherum normal sind, das ist ja eigentlich das Gegenteil von klassischer Komödie, ist ja eigentlich immer Du bist normal, ganz viele Leute spinnen, genau, ganz viele Leute spinnen, und die Hauptperson ist normal, oder? Und, und Sandler und auch Jim Carrey Film sind eigentlich das Gegenteil gesehen, dass eigentlich recht alles drumherum normal ist, und sie sind einfach insane. Was gibt es eigentlich für Sandler-Filme aus der Kindheit? Happy Gilmore. Oh, shit, ja. Ich habe jetzt gerade etwas anderes geschaut, als ich den einen Ja, das ist ja so etwas, Happy Gilmore, zu keiner Sekunde hast du das Gefühl, so einen könnte es geben, nachher schaust du aber auf Englisch und fühlst du so, der ist noch, also weißt du, es wird ächter so, und es ist sehr schwierig, natürlich in einer Synchronisation das Gefühl so überzugeben. Und Waterboy. Waterboy ist auch so einer, und dann, wo der Caddy ist da, mit dem Golf, ist das nicht auch so? Nein, das ist Football. Waterboy ist, Ja, Waterboy weiss ich, ist Football, aber es gibt noch einen, wo es um Golf irgendwie geht. Das ist aber Happy Gilmore. Ist es nicht Happy Gilmore, wo er irgendetwas erbt? Nein, der weiss eben nie, wie er heisst, Lucky Madison, oder so. Ah, schon, okay. Der ist auch, der ist auch sehr lustig. Das ist eben das, das ist so der full triumphant Ding, wo so der, ich habe keine Ahnung, und dann erbt er etwas, und weil er ein guter Mensch ist, und all die reichen Gierigen, wenn sie ihm das abnehmen. Genau, genau. Und, und wer ich immer geliebt habe, ist der Steve Martin, wo oft, oft der Beirrte, Normale gespielt hat, in absurden Sachen, zum Beispiel L.A. Story oder so. L.A. Story weiss ich jetzt nicht. da musst du mal schauen. L.A. Story ist so geil. Er spielt so eine, er spielt so eine Weatherman. Und es ist einfach alles L.A. so, oder? Ich weiss, damals, meine Mutter hat mir recht viel müssen erklären, aber es ist so, ganz am Anfang ist eine von der Szenen, in L.A. fährt ja niemals, läuft ja niemals, fahren alle nur Auto, und er steigt einmal ins Auto und er drückt nur die Kupplung und rollt so mit dem Auto, rollt er so irgendwie so drei Häuser da ab und dann lässt er wieder die Kupplung los, steigt aus, kurz im nächsten Haus. Lass nicht einmal lachen. Aber ja, nicht laufen. Und, und in einer völlig anderen Welt ist für mich der Conan O'Brien. Wo ich einfach irgendwann, als Zwölfjähriger, so auf CNBC Europe haben sie so Wiederholungen gezeigt von Late Night, und er ist einfach so eine Art Cartoon-Character gewesen. Er kommt einfach raus und macht irgendwie seine Frisur und macht so weirdy Moves und was weiss ich, und ich habe keinen Joke verstanden, aber durch das habe ich dann aber auch nicht angefangen zu hinterfragen, sondern es ist so, er ist einfach so ein, eben, ein Cartoon-Character gesehen, in einer Fernsehsituation. Ganz komisch. Darum, ich kann es ein bisschen bei diesen Leuten. Bei all denen, die eigentlich das innere Kind so ein bisschen leben lassen, und das sind auch die, also man kann das auch nur wertschätzen und mitgehen, wenn man sein innere Kind nicht eingesperrt hat und, und knäbelt hat, und findet, jetzt müssen wir anstrengend sein, und das ist alles zu, bei Marco Rimo, Rob Spence, das sind so Leute, die brauchen das Publikum, wo das innere Kind noch lebt und kann sich drüber, weiss, drüberstehen und sagen, hey, ich bin mir nicht zu fein dafür, dass ich jetzt da mitlache und mitmache. Absolut, absolut. Und, ich glaube, das ist auch das, was einen dort behaltet, wo einen irgendwie, eben dann auch nicht hinterfragen lässt, weil es hat, es hat ja durch das auch kein klars Schema. Ja. Also, du bist gar nicht, du bist gar nicht versucht, irgendwie etwas anfangen zu hinterfragen. Ja, weil die Konstruktion ist so vergraben unter dem ganzen, absolut, aber eben, wenn man sich dann mal mit dem auseinandersetzt und eben die, eben die, die Deformation professionell irgendwie, wenn die kommt, dann merke ich, bei den Leuten, es ist so viel krasser, als was wir machen. Es ist so viel krasser, dass du dir überlegst, der Typ sitzt irgendwo in einem Ding und er probt das. Ja. Er überlegt sich, was ist eine lustige Gestik, was ist eine lustige Mimik. Wir machen es auf, weißt du, kognitiver, intellektueller Ebene, wo du sagst, okay, wenn ich den von dem erzähle, und da kommt die Überraschung, das funktioniert und das kann jede Folge und so, aber, dass du physisch dich so aus dir rauskommst, zum sagen, okay, das ist lustig, das ist so unmöglich, zum vorausahnen, was die Leute cool finden werden und Steve Martin ist ein geniales Beispiel für das. Oh, und du weisst, wo ich es hatte, Stand-up ist crazy. Weisst du, wo ich es hatte, wo ich im Comedy Store in L.A., wo es heisst, jetzt kommt einer, der heisst Sebastian und dann ist der Sebastian Maniscalco gekommen. Oh shit. Und ich habe ihn noch nie gekannt. Keine Ahnung, wer der ist. Und er hat ihn so ein bisschen als Newcomer-Dings? Nein, er ist dort schon in der Italo-amerikanischen Szene schon recht big gesehen und er hast ihn gerade so am Transitionen gesehen. Und er hat, glaube ich, einfach irgendwie, wenn du im Comedy Store bist, dann kriegst du irgendwie 20 Dollar und du machst ja auch was, wirklich? Und du machst einfach ein Workout-Set, oder? Weil am Wochenende gehst du dann auf Tour, spielst du entweder in einem Club oder in einem Theater oder im Stadion. So, und er ist eben gerade so, er hat schon getourt, aber er hat immer noch seine Workout-Sets gemacht, also er macht er jetzt immer noch. Kannst du das endlich ein paar Mal können sehen im Comedy Store. Aber bei ihm steht immer nur Sebastian, weil ich glaube irgendwie, ich nehme an, er will das so, dass nicht zu fest sein Name Ja, dass er es echt kann machen wahrscheinlich. Dass nicht zu fest sein Name aufpoppt, aber er ist trotzdem auf der Liste. Und dann kommt er, und bei ihm ist eigentlich jede Punchline ist etwas physisches. Also er hat ja eigentlich dann eben nochmal etwas anderes, er macht nicht das eine oder das andere, sondern er macht Stand-Up, wo dann die Punchline kognitiv nicht nochmal ein Joke ist, wo irgendwie zusammenpasst, sondern es ist dann etwas, was er als Act-Out macht. Und das habe ich auch, das habe ich das erste Mal gesehen, habe ich null checkt. Ja. Oh mein Gott. Und ich bin ja kein grosser Marihuana-Dude, wirklich nicht. Aber ich bin halt in L.A. und ich hatte einen Kollegen und ich habe gesagt, hey, ich gehe ein paar Tage in die Wüste und ich will kreativ sein. Ich habe die schon gekannt, das habe ich glaube, über seinen Einfluss gehabt. Ich habe so gedacht, irgendwie, vielleicht schaffe ich das auch, dass ich irgendwie auf Marihuana tolle Ideen habe. Und er so, okay, was du brauchst ist, ja, wie heisst das, Sativa. Sativa, ja. Ja. Dann habe ich gesagt, du brauchst Sativa, das ist ein bisschen mehr anregend und ich gebe dir eine Vape mit, nimmst du auch zwei Züge von dem und dann schaust du mal, was passiert. Und ich so, okay. So, jetzt der, ein Grund, wo mich nicht gut war mit Marihuana oder auch anderen Sachen ist, ich habe kein Mass. Das heisst, ich hatte eine fucking penne, bin in der Wüste und habe dann rumgezogen. Die sind sicher heavy nicht. Als war es, als war es eine Zigarre. Und habe natürlich nichts mehr angekriegt, habe aber mega gute Musik gelöst. so eingegeben, Marihuana, Music, so Pink Floyd und was weiss ich. Und dann habe ich ein Special von meinem Skalco geschaut. Okay. Und ich bin aber wirklich so verreckt die ganze Zeit. Ich habe nichts mehr gekonnt. Und ich so, ich weiss noch, wie ich dort bin, und ich so, oh mein Gott, das ist so gut, das hat irgendwie 13 Autoren und wie kommt man nur auf so etwas. und am nächsten Tag bin ich wieder nüchtern. Und ich fand, jetzt schaue ich jetzt einfach nochmal. Okay. Und dann ist so wie alles klar gewesen. Weisst du, dann schaust du und denkst so, live. So genius ist das. Und das braucht er keine Autoren. Das ist funny, weisst, aber ja, er steckt einfach irgendwie, er steckt jetzt dort drüber und jetzt läuft er dort durch und so. Das ist auf der Eck getaut. Aber in meinem anderen Zustand habe ich gedacht, oh mein Gott, what is happening? Und darum dort habe ich gesagt. So, lange Antwort für deine Frage. Nein, es ist mega spannend zu sehen, was für, aber man merkt, so die Art und Weise von Comedy, es ist schon das, wo sehr vom Bauch aus passiert und wenig kopflastig ist, sondern eher etwas ist, was emotional triggert und nicht jetzt so mega konstruiert und man kann es nachverfolgen, sondern es ist einfach etwas zum Anschauen und Beobachten. und ich glaube, das macht es ja dann auch live macht es das ja dann auch nochmal aus. Also weißt, ich meine, ich hätte mega gerne mal einen Mitch Hedberg live gesehen, weil ich habe das Gefühl, aber das ist jetzt nur im Kopf zum Beispiel, da war es ah, I see what you did there. Das ist so die Überlegung, die man jedes Mal macht. Aber ich kann mir vorstellen, dass der halt wirklich eine mega Ausstrahlung hatte, auch vielleicht, wenn er irgendwann am Schluss nur noch drauf gesehen ist, aber irgendwie, ich habe schon das Gefühl, ich spüre das schon, wenn ich ein YouTube Video von ihm schaue. Also ich habe das Gefühl, ich würde auch noch viel mehr spüren, ohne es so esoterisch zu zu tunen, aber einfach so, wenn ich im Publikum sitze und ihn sehe. Es ist so, die magischen Momente bei ihm sind die, wo er das Publikum nicht catcht und das kommentiert. Und dann merkst du, shit, das ist ein Act, er probiert uns zum Lachen zu bringen. Genau. Das ist so wie, man vergisst das ja sonst. Sonst denkst du einfach, ah, das ist jetzt einfach ein Du, der so verpeilt ist und seine Ideen sind so lustig und so um die Ecke, dass er mich jedes Mal versucht, zu verwischen. Aber wenn er dann das muss äussern und auf der Meta-Ebene darüber redet, was er gerade am Machen ist, merkst du, der hat fucking gearbeitet für das und hat fucking viel Zeit investiert und das macht ihn so nahbar und das hat für mich auch, nochmal eine andere, ist so schade, das ist einer von denen, wo ich wirklich denke, er und der Patrice. Ja. Und du denkst, die würden mit der Themenwelt von heutzutage so jonglieren und so das aufbrechen, was so, weiss, eingegangt wird und die kennen einfach nichts. Das ist so, das ist so. und es ist, es ist wie bei vielen Sachen, weisst du, denkst du dann also, es ist mega schade und es ist aber für die Legacy ist es wahrscheinlich das Beste, was hätte passieren können. Sie haben einfach nichts davon, ja. Nein, natürlich haben sie nichts davon. Aber für die Legacy, ja klar, du kannst nicht so lange, also eben, man sagt ja, du lebst so lange, bis du siehst, wie du wieder absteigst und das passiert halt nicht bei denen, die auf dem Höhepunkt weg sind plötzlich. Ja, da ist sie wieder mal, die überraschende Unterbrechung mitten in der Folge. Ganz kurze Info für die, die es noch nicht gehört haben oder nicht haben wollen, mein aktueller Programm Zero hat nochmal ein paar Tourtermine, die meisten sind auch schon im Vorverkauf, jetzt auf www.joelvonmutzendbecher.ch ganz tolle Support-Acts dabei, Leila Ladari, Benjamin Delay, Matteo Gutenrath, Josep Brica und Teddy Hall. Also, geht schnell, jetzt goethe Tickets kaufen und dann könnt ihr die Folge weiterhören. Bis dann! Und was ich erst spät entdeckt habe, sozusagen, ist Billy Connolly. Wie ist das? Billy Connolly ist, zeig es mal, wahrscheinlich, wenn du ihn gesehen hast, erkenne es. Billy Connolly war eine große Inspiration für den jetzigen Prozess, den ich habe, nämlich nichts mehr wirklich zu schreiben. Hast du den noch nie gesehen? Er hat halt ganz viele Gesichter, aber, ähm, wo, wann denn? Nur so flüchtig. Auch die früheren, nein. Sir Billy Connolly? Mittlerweile, ja. Hello! Der hat, der hat nie, der hat, ich glaube nie, einen Satz aufgeschrieben. Okay. Ich glaube wirklich nie, nie. Darum ist es dann mega schwierig, irgendwie, eben wenn du Interviews von ihm hörst, über seinen Prozess, sagst du, das ist so eigen. Ja. Also du kannst, es ist mega schwierig, etwas von dem zu übernehmen. Aber, aber ich habe, durch ihn habe ich wirklich noch mehr probiert, zu lernen, auf der Bühne, eben Sachen zu geschehen lassen und, und mit dem zu schaffen, anstatt eben einfach nur im Kämmerli sich etwas überlegen und dann präsentieren wir das und nachher gehen wir wieder zurück ins Kämmerli und überlegen, wieso hat das nicht und wieso hat das schon und so weiter, sondern, irgendwie durch das auch authentischer machen. Und bin mir jetzt angefangen, genau gleich wie beim Peach Weber eigentlich. Beide haben Musik gemacht, beide haben mit den Ansagen zum nächsten Lied gemerkt, dass das eigentlich fucking lustiger ist. Nein, beim Peach Weber ist zum Beispiel auch so etwas, wo ich, wo ich wieder eingewachsen bin, wo ich mit dem Erwachsenenkopf, merke, wie genial es eigentlich ist. Ey, absolut. Geil? Absolut. Er ist wirklich ein Juwel in der, in der Comedy-Welt der Schweiz, muss man wirklich so sagen. Also, seine ganze Persönlichkeit, die da drin steckt und, und seine Art und wie, eben, weil es so nonchalant einfach Dings ist, wirkt es so an Effort, ohne Effort, aber es ist, es ist genial. Ja, und, und, es ist, es ist doch das dann auch gar nicht so plump, wie man zuerst meint, weil, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr merkt man, wie schwierig es ist, überhaupt so auf den Punkt, Jokes zu konstruieren. Absolut, und weil, weil von der Thematik viele oft sagen, ja, es ist unter der Gürtellinie, oder es ist so ein Macho-Joke, oder es ist so ein Mann-Frau-Klischee-Ding und so, aber mach das mal, wenn es so einfach ist, so mach einen Furzwitz, wo jeder lacht so, und das ist urschwierig, weil es ja so verbreitet ist und Dinge, und die Leute lachen nicht an, den kenne ich schon, so Markus Krebs hat so ein bisschen die Vibes, wo du sagst, gut, ab und so bringt er mal einen Neuen, aber vieles ist so, hast du schon mal gehört. Es fühlt sich an, wie ein Strassenwitz, der einfach ein bisschen anders zusammenbaut. und er sagt, ist es ja, er tut einfach sich selber dorthin, und das ist so ein bisschen das Neue, was drin ist, aber im Pitch, denkst du wirklich, von all denen, die in die Kategorie gehören, den habe ich noch nie gehört. Die Art, also es ist wirklich, Pitch ist für mich eine Royalty. Und was ich vor allem liebe, ist, die paar Male, wo ich ihn jetzt live gesehen habe, es hat immer so 20% im Publikum, weil ich muss dazu sagen, bis auf einmal, dort bin ich solo von ihm schauen, aber sonst, hast du halt so, bei einer Mixed Show, oder auch Swiss Comedy Awards, oder was weiss ich, hast so 20%, die finden, wenn der Pitch auf die Bühne kommt, finden sie so, das ist nichts für mich. Aus Prinzip aber, ja, die sich gar nicht öffnen, die einfach sagen, hey, das ist ein Schublade, den ich gar nicht aufmachen will, aber sie... Es gibt nichts Geilers, als denen zuschauen, ja, bis nach spätestens drei Minuten man muss sich komplett zusammenbrechen, sie probieren so frech zu halten, aber es ist funny, und das Foto durchdrucken, und nach fünf Minuten lachen sie so laut. Und das ist schon seine Dinge, er bringt einen, bringt nochmal, bringt nochmal, bringt nochmal, und um dich herum macht es immer, ha, 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 da hört es nicht mal auf, und da geht es schon weiter, und so, und irgendwann nimmt es dich. Das kann man sich nicht entziehen, das ist wirklich, und das ist aber auch hauptsächlich live, also hauptsächlich live, voll, voll, das ist ja so etwas, wo du eben, du hibst im Fernsehen schauen, kannst du wie, äh, aber wenn du ihn siehst, und er steht, und seine Präsenz, dann kannst du unbedingt die Hallenstadion-Show schauen, er hat mir Hand draufgegeben, dass ich darf Opener machen für ihn im Hallenstadion, wirklich? Ja, aber so Backstage, also ich weiss nicht, wie viel man darauf zählen kann, aber ich wäre ready, brutal, ich würde nur One-Liner machen. Er macht ja zwei jetzt, ja, er hat jetzt eine Nachmittagsshow, noch zwei, ich glaube die dritte ist schon dran, bin mir nicht sicher. Wirklich? Oh, kannst du mal nicht, ich weiss nicht, ich weiss nicht, ich weiss nicht, ich weiss nicht, fucking legend. Er ist wirklich, wirklich, und ich, also bei ihm ist wirklich so, 2027, das dritte, der dritte Button. Ah, das ist jetzt Donnerstag, das andere ist Samstag gesehen, oder? Das End-Friends ist erst seit mir, nein. Abendvorstellung, Nachmittagsvorstellung, Ausverkäufe, bereits zugesagt haben, Cenk, du bist drauf, Alter. Was? Du bist drauf. Divertimento, DJ Bobo, Marco, immer gläubig zu Gleini, Rob Spence, Gellä, der Hardy Bubbles, Cenk. Geil, das ist ich, Peach, ich bin dabei, sehr geil. So, und Achtung, was steht jetzt noch, Zusatzfrage? Also, bei all denen ist es wahrscheinlich drei Minuten pro Person, aber trotzdem, das machen wir. Noch eine dritte Vorstellung am Donnerstag. 14. Super, geh mal noch, jetzt nochmal drauf, Dunstieg 14. Oktober buchen, Peach, Schweber im Hallerstadion, sehr geil. Sag mal, Saalplan, wie voll ist das schon? Holy shit, da ist schon recht viel weg. Dann gibt es am Donnerstag noch eine Nachmittagsvorstellung. So geil. Fuck, ich muss eigentlich, wir haben ja noch zwei Jahre Zeit. Ich muss ja noch ein Ticket haben. Wir haben ja noch zwei, zweieinhalb Jahre. Das ist geil, weißt du, weil das ist wirklich so lange hergesehen, ja wirklich. Als er den Vorverkauf gestartet hat. Was, 20 Jahre, 10 Jahre? Hey, sowas. Ich glaube, du hast immer noch den Guinness-Rekord für den längsten Vorverkauf. Für den längsten Vorverkauf. Krass. Und jetzt nur noch zwei Jahre. Jetzt ist es so weit. Was wenig ist es? 2027 im Oktober. 2027 im Oktober. Ich habe damals bei Ticket Corner geschafft, wo wir das gestartet haben. 2008 hatte ich mit ihm eine Sitzung. 2008? 2008 hat das gestartet? 2008, ja. Ja, 19 Jahre. Hey, das ist so gut. Nein, er ist wirklich legend und er müsste Sir Peach Weber werden von der Schweiz, wirklich. Was war das in der Schweiz? Herr. Herr Peach Weber. Das ist er ja auch nicht. Er ist so ein bescheidener und so wirklich auf dem Boden geblieben. Ja, mega. Sehr, sehr. Er ist wirklich genial. Also ich finde ihn recht genius mässig so. Er ist sehr bescheiden, was das angeht. Aber er ist wirklich ein sehr blitzgescheidener Typ. Also wirklich. Und er ist voll mega informiert. über die ganze Comedy-Szene. Aha, ja, ja, ja. Über alles. Er ist sehr informiert. Ja. Und darum, aber gib dir mal Billy Connolly. Gib dir das mal. Es ist wirklich, wirklich faszinierend, zu ihm gesehen. Es ist so für mich das, was am ehesten mit Jazz zu tun hat in der Comedy. Wo wirklich so ein bisschen spontan wirkt und alles. Ja. Und einfach so Ideen. Und er sagt dann auch, er weiss, er hat zum Teil dann auch nicht mehr gewusst, was er erzählt hat. Also weisst du, dass Leute wirklich gekommen sind und gesagt, das, das Bit, mach das, das ist voll geil. Und er hat es nicht mehr gewusst. So gut. So, also. Er hat es wirklich geschafft, komplett in den Zustand von Freiheit. Flow. Und einfach, whatever happens, happens. Ja. Das ist ja faszinierend, zu sehen. Der Deville hat das auch schon gehabt. Ja. Ja. Ja, er ist auch sehr jemand, der sich vom Moment mitreissen lässt und dann haut er mal eine Sage irgendwo. Obwohl das ja eine Nummer gesehen hat. aber dort ist auch spannend zu sehen. Und ich meine, das kannst du ja dann auch nicht hinterfragen. Ja. Das ist ja dann, wenn du spürst, das passiert jetzt gerade und es geht einfach irgendeinem an. Und wenn das so ein Momentum bekommt, dann ist das eh, besser als alles, was man hätte können schreiben. Genau. Mehr als in diesem Moment so eskalieren lassen, kannst du ja nicht. Das ist so. Das ist so. Was? Wir haben jetzt die zweite Folge bald. Wir haben noch eine Viertelstunde. Noch mal eine kommende Folge geworden. Also wieder wir haben aus dem Verzweig kommende Folge gemacht. Bleiben wir noch ein bisschen bei dem. Wir haben es für Filme gehabt. Wir haben es für effektiv Live- Comedians gehabt. jetzt, könnte man es entweder von Fernsehsendungen haben, weil es gibt auch dort spannende Comedy-Formate. Und ich will es aber nicht von Insight, also ich will nicht auf den Prozessor irgendwie selber schreiben. oder es geht dann halt auch noch ja, es ist auch Fernseh, aber weißt du, so effektiv Sketch-Comedy, Timeless Classics, Cartoons und so weiter und so fort. Also ich meine, wo überall Comedy und auch Einflüsse von Comedy zu sehen ist. Ich meine, als Kind habe ich zum Beispiel Jacques Tati gesehen. Seid ihr da etwas? Der hat hauptsächlich Stummfilme gemacht. Franzose. Und eins von seinen Charakters war der Monsieur Ullo. Das habe ich auch in so einer Dude gesehen. Das habe ich auch in so einer Dude gesehen mit so einem langen Mantel. Ullo, also H-U-L-O-T. Monsieur Ullo. Die Franzosen haben ja oft so versteckte Bedeutungen in den Namen und vielleicht sagen wir mal. Monsieur Ullo. Genau, immer mit dieser Pfeife mit dem Mantel und seinem Hütchen. Und ein anderer hat geheißen Les Fêtes oder irgendwie so. Das ist ein bekanntes war, Les Vacances, wo er in die Ferien geht. Und dann habe ich irgendwann noch mehr als Charlie Chaplin habe ich Buster Keaton entdeckt. Auch als Kind. Nachher hat man aber Buster Keaton. Der ist ja eigentlich schon fast ein Stuntman gesehen. Große Stummfilmstar und er hat zum Beispiel Also slapsticky Sachen. Ja, er hat die gehabt. Oh, der Rami Malek würde ihn spielen. Okay. Oder wir spielten. Es gibt die berühmte Szene, wo so ein Filmset so eine Front weißt du, abeckt. Mit einem Fenster. Genau. Und er steht nachher genau dort, wo das Fenster gesehen ist. Also das ist Buster Keaton. Ja, macht ja Sinn für die Stummfilmwelt, dass man dort viel Also bist du auch so Bud Spencer, Terence Hill und so hast du das auch? Habe ich auch geschaut, aber es hat mich nie so ganz reingezogen. Sondern was ich halt auch immer mega geliebt habe, sind Looney Tunes. Ja. Und zwar Space Jam hat sicher noch dazu zusätzlich beitragen. So schade der zweite die nicht. Den habe ich nie geschaut. Ich habe immer noch immer noch immer noch als Download. Aber eben alle die Leute, die ich vorher genannt habe, sagen auch, ihre grossen Einflüsse sind Looney Tunes. Ja. Aber einfach, dass du überlegst, dass einfach vor 80 Jahren mit Zeichnungen, die du dann animiert hast, eine Zeichnung nach der anderen, dass du dort so ein perfektes Timing angekriegt hast und Jokes. Es ist zum Teil es gibt eine Folge mit einem Oper-Sänger. Der wird dirigiert von, ich weiss nicht mehr wem, entweder von Bugs Bunny selber oder Ich glaube, es ist der mit dem Helm. Weisst du, der mit dem Ritterhelm. Ja. Der einfach so ein Dark-Kerker, ich weiss gar nicht, was das ist. Ich glaube, sind wir nicht sicher, aber das hat man. Er zeigt dem oberen Sänger zeigt ihm nur mit der Hand an, wo er singen muss. Dann macht er so ganz unten und dann und dann ich sage Blah. So schickst, es verdatscht es mich, aber herzigstens. Das ist das nonverbale Ding, wo gar nie geredet wird, wo einfach der Bugs Bunny kommt und die ganze sie. Und was mit der Darum ist das? Oh mein Gott. Ja, ja. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist das Bugs Bunny. Okay, Der Teil, wo er unten ist, ist vorher Der Teil, wo er unten singt, das ist der, wo es mich immer vertastet Der kommt früher noch anscheinend Der Sklave vom Dirigent, der einfach nicht aufhören Und Tom & Jerry hat mich auch immer abgehört Spide Gonzalez hat es gegeben Und einfach die, die, es hat auch ein Game gegeben Roadrunner Oh ja, Roadrunner Und was ich auch Mega lustig gefunden habe Sind so die Goofy Die Eigentlich wie so Spin-Off Die Olympiade Das habe ich auf Video gesehen Ich auch, das ist immer noch Das Lieblingsvideo von meinem Vater und mir Wirklich, ja, das ist so gut Ich finde es nie Wenn man es nicht auf Videokassetten hat Ich weiss nicht, wo ich das finde Ich habe es auf Disney Plus mal gesucht Und es gibt alles ausser die Olympiade Ja Wahrscheinlich ist etwas sehr, sehr bedenkliches drin Wo Disney auf keinen Fall Das ist so mühsam Auch Spide Gonzalez gibt es nicht mehr Ja, gibt es nicht mehr? Nein, auch wegen der Wokeness Das ist nicht okay Das ist so geil, weil da hat es so einen Erzähler Genau Das ist so eine Dreiviertelstunde Ding Ja, ja, ja Es ist ein ganzer Film Oh mein Gott Und dort kommt irgendwann kommt Es ist nicht das Und irgendwann kommt die Bloßkapelle Wo aber nur ein Dude ist Dort hat es mich immer verrissen Ein so dick gell Und ein schafft alle Instrumente Ah Und dann macht er allein Und ich meine, das sind halt so die Ureinflüsse Ja, ja, ja Wo dann eben, wenn das in real life übergeht Otto ist jetzt so ein Cartoon Carrot Ja, ja, ja Und das Nein, Goofy ist wirklich so etwas Das habe ich glaube ich damals in der Bibliothek und so ausgelennt So ein Video auszulehnen Und dort habe ich nur Videos ausgelennt Ja Keine Bücher, nur Videos Genau Oder die Serie hat es auch mal gegeben, oder? Goofy und Max Ja Bei Goofy und Max Das ist okay gewesen Seher an den Glanz Auf Cartoon Network Wir haben das letzte Folge Vor einer Woche Haben wir es ja Von The Mask gehabt Mhm Und ich habe zuerst auf Cartoon Network Die Cartoon-Serien The Mask gesehen Ah, ja Bis ich dann mal den Movie sah Ah, wirklich? Nein, ich habe zuerst den Film gesehen Und ich habe das immer geliebt Und den Inspector Gadget Den habe ich auch toll gefunden Mega, mega Das war schon geil Und ähm Shit Hast du He-Man und so noch gekannt? Nein Das ist, das ist, weil ich also von der Türkei her Deter haben sie noch ganz alte Comics Ah, ja He-Man ist so ein mega weirder Dude So ein riesen Kasten Wie der Ken in muskulös Ja Und er hat so ein riesen Schwert gehabt So ein weisser Schneetiger gehabt Auf dem ist er geritten und so Ah, wirklich? Das war eine komische Welt für sich Rambo hat es gegeben Als Comic Ah, doch, ich weiss welchen Ich habe nicht, dass das so heisst Ja, genau Aber ja Hast du gar keinen Schneetiger Ist ein grüner Tigger Ich habe den ein bisschen mehr erinnern Ja, 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 ja He-Man Und Johnny Bravo Weisst du, mehr männlich kannst du nicht sein He-Man 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 Hat der schon mit Pronomen gespielt Das ist noch geil Seine Zeit voraus Und Johnny Bravo habe ich auch super lustig Johnny Bravo habe ich auch gerne gefunden Ist das italienisch? Weiss gar nicht Weil ich habe das nur im Tessin immer gesehen Mein Tante war im Tessin und wir sind immer in Sommerferien zu ihr Dort haben wir immer Johnny Bravo geschaut Ich habe es halt auch auf Cartoon Network auf Englisch gesagt Ah, das ist sicher Englisch Sicher Englisch Vor allem, das Geile ist Er geschwätzt wie Elvis, oder? Ja, ja, ja Seine Moves Seine Klacks Genau Und die Dungheit Ist so geil Es ist so eigentlich anti-machistisch So, oder? Es tut eigentlich der Macho Es ist der Macho, aber er ist so ding Er tut immer so die Kacke greifen Am Schluss ist er immer der Dumme, oder? Genau Ja Johnny Bravo Einmal sah er sich im Spiegel Und er ruft 9-1-1 an Und sagt Hallo 9-1-1 There is a handsome man in my bathroom Ah stimmt, auf Englisch ist er so Ja Ist er richtig Elvis mässig Er redet voll wie der Elvis Das ist eigentlich so lustig von ihm Come and take a look at my studly bard Und voll eigentlich random, oder? Es ist so wie If das auf Papier gehört Es ist so wie Wenn du shit und ich meine das ist aber auch mit eddie murphy hat ein bitka das ist eine absolute lieblingsbets aus delirious und wenn es davor hat und es sei die prämisse nicht eigentlich mannen singen dann finden frauen sie toll so und dann macht er halt ganz viele leute wenn man so findet michael jackson ist nicht mal wirklich gemacht und was weiß ich und wenn he talks like come on stop teasing tito ist it okay if i come down and sing for you und meine alle rasten komplett aus und danach hat sie das ganze james brown bit wo es mich immer verblost weil es sagt nicht mal die leute in sinubar und wissen was es sein das ist mir jedes mal so gut und dann hat es einfach vom elvis und das seit dem elvis haben sie film gemacht und sie gesagt dann just let dem let him sing the dialogue so gut film sind so schlecht elvis film sind super ja aber es ist trotzdem du siehst einfach gerne und es ist einfach so das ding oder ja und darum habe ich schon immer zum schreien gefunden aber heimann habe ich nie groß geschaut nein aber das ist etwas mit der ferie der türkei das eben rambo hat die serie card ja cartoon serie so anime bin ich gar nicht sie also dragonball und alle gläser auch aber glüge hat es irgendwie nie ich habe es nie geschafft das richtig zu schauen so ja und was bei uns natürlich auch noch gesehen ist pingu ja pingu absolut pingu ist fucking hilarious ich weiss nicht ob ich es verstanden haben damals oder ob ich einfach das ja lustig gefunden und ich habe das knett zeugs das ist so satisfying also ist das das keine ahnung ich weiss nicht was es ist aber das soll das ja ich habe das uhr gerne gesehen einfach weil es so kleben so knett also ich als kind habe schon ich habe schon verstanden ich habe schon verstanden dass das knettfiguren sind und stop motion nein aber dass die ästhetik davon oder das ist mit dem das haptische ja ja ich weiß nicht von anfang an verstanden habe aber irgendwann ich glaube will man das erklärt haben mit daumen kino und hat dann irgendwann kamera kann da habe ich so selber probiert das zu machen und mittelweilige zu apps doch von janik hat mir gezeigt es gibt effektive ab für stop motion animation wo du halt einfach die perfekte abschotter für und dann hast du keine machst du vorne die züge wie du es willst dann kannst du immer schön auf der app auf dem telefon ist nicht wein ist doch also gesehen wird drückt das wenn losglässt aufgehört filmen nachher wieder drückt hat sie wieder gefilmt ja aber wein sind ja nur so sechs oder was sind sie gesehen sagt ja ja aber so von der mechanik einfach filmen loslaut filmen loslaut ja genau das ist es stop motion studio und er ist einfach alles schon bereit und dann kannst du genau die irgendwie auf dem stativ oder so machst du die machst du die handy an und dann kannst du effektiv stop motion film machen lustig wie sie schon film eigentlich das genau genau so 24 sekunden aber und und was was da krass gesehen ist beim pingu ist dann halt eben zum beispiel wenn zungen ausrollt oder so ist einfach so war wie haben sie das gemacht ja ja dass das effektiv so aussieht und dennoch hat er schon nur den schnabel mit dem morgen ja super lustig vorne so wir sind wir sind eigentlich schon durch mit der zweiten woche schnabel gemacht haben also einmal ding nach der perfekte schnee mal dann ja 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 was die zweite woche schumme okay ja jetzt mit der woche top hennen ja ich zieh mich wieder um für nächstes mal ja ich glaube nächste woche kommen ja auch regner rega angesagt glaube ich jetzt müssen wir uns natürlich überlegen was ist thema von nächster wochen ja vielleicht können wir mal ganz weg gehen von humor und komödie und so und irgendetwas nehmen wo das leben bereichert durch tour bis anders ja zum beispiel geld in der sofa ritze finden oder alte kleider oder family und friends ich weiss nicht etwa dreiviertel stunde füllen mit geld in der sofa zu finden aber dann können wir über geld allgemein reden was es für das glück im leben ausmacht und wie wichtig und nicht wichtig das ist also wird wirklich so ein großes thema wie finanzielle bei mir bist mir schnell bis heute man sagt du wirst dieses herbst verfärbung von der blätter ja man können natürlich ein folge machen über die ganz kleinen sachen wo einem freut das ja das können wir machen und dann können wir zu den großen themen also ist gut also machen wir nächste woche ja leute können sie kommentar schreiben was wir sollen für das thema nehmen weil es ist erst nächste woche ja die ganze woche können wir sammeln behandeln wir dann ja also wir sagen einfach wir hätten das für die leute die thema ja super alles klar dann schaltet nächste woche wieder ein bis nächste woche weiterhin einen guten sommer bis zur bis bis Podcasting.